ja alles zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu residen die will 1 hd wie master und genau die leute wir waren hier beim letzten also remake und genau wir waren hier beim letzten mal im umbrella labor unterwegs und ja hatten hier soweit ich das weiß zwei von den drei modus schon umgewandelt in passcodes das hier ist tatsächlich die letzte glaube ich und wir müssen jetzt einfach nur noch ein passcode geräte finden und uns bleibt gerade nur noch einen weg und zwar da unten in diesen diesen elektronisch geschützten bereich und dann würde ich vorschlagen gehen wir da einfach mal hin und ich habe werde ich mich nicht recht im drin ist es nicht mehr ganz so viel jetzt ich bin mal gespannt ob uns jetzt noch im laufe dieser folge nackte zombies begegnen weil die verbiets sich irgendwie muss ich tatsächlich sagen also die nackten die gehören eigentlich dazu finde ich und ja schon einfach mal so stapfen wir mal dahin in diesen ekelhaften bereich und gruselmucke ich hasse diese musik aber so wieder ankommen ja und ja gucken wir mal was ich hier noch alles neues verbirgt wir haben die markt nur ausgerüstet wenn ihr das folge schaut auf wirst ihr warum wird die markt nur ausgerüstet haben so und wir können diesen gang jetzt erst mal hier frisch erkunden so es ist ein riesen aufzug hier das ist anscheinend das bedienfeld für den aufzug schalter drücken da wird nichts passieren anscheinend gibt es kein strom zuvor genau das funktioniert nicht anscheinend müssen sie ja ist okay wir haben kein strom wird auf zu alles klar dann gucken wir hier rein ich hoffe dass wir das böse ist wenn doch dann schieße ich nein hier ist sogar was ganz liebes und zwar ein safe raum wieder mal mit endlich mal mit einer schönen musik im hintergrund auch herrlich das ist gut wunderbar stühle und materialien sind überall verstreut die wände sind voller kratzer naja das spielnetz da oben sieht auch nicht ganz einladend aus hier ne da ist aber schrotbuddy die kann wir gerne mitnehmen die farbbänder die da unten liegen können können wir auch mit der ach und guck mal da liegt noch markt nur ein sehr netter raum muss ich sagen ich meine ist an dem kühlschrank was die kühlschrank sie eingestellt hätten so ist doch mal was dran lassen können so dann legen wir mal das zeug ab ich glaube die moni guckt euch das an wir haben mehr als genug wo die auch für die markt und wenn wir jetzt schon wieder sechs schuss kriegen ich glaube sofort sogar mitnehmen ich lege die mit ab noch still und materialien sind überall verstreut ja ich lege die schüsse noch mal ab mal gucken wie viel war letztendlich sparen können aber ich denke mal am ende können wir tatsächlich damit rumrennen und zombies kaputt machen wenn man auch diese selbstverteidigungswaffe hier 33 mark schuss 14 farblender noch mal eine pistole mit 35 schuss und keine ahnung 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 vollheilungen das ist schon heftig ja es ist schon sehr heftig aber gut das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten wir erkunden ja so kann man los geht wir erkunden den nächsten bereich und ja dann freue ich mich dass wir wieder hier eingeschaltet habt an diesen ich nehme es an sonntagabend auf hier wieder ganz klassisch genau original kann ich mich erinnern dass ich mal sander unter blitzt ist schon so original kann ich mich daran erinnern dass es hier ziemlich laut war ja schauen wir jetzt mal ob es hier auch laut ist nein aber ihr hört geräusche von gegnern das war genau das was ich meinte hier spritzt gas irgendwo raus wenn es will können wir da weiter ich lass das erst mal nicht dass uns das gas da zum sterben bringt durch diese viecher an es ist richtig krass ok und da ist es doch schaut euch diese biester an die sind wirklich heftig aber hier rennt irgendwo noch eins rum so was ist das achtung explosions gefahr treibstoff nicht schütteln ein nachtank gerät für den hochspannungsraum es funktioniert derzeit nicht weil es keinen treibstoff gibt da ist eine leere kapsel ja da wissen wir doch wo wir die einsetzen müssen bzw benutzen müssen so dann gucken wir uns mal an doch wir können anscheinend doch auf die andere seite weil das gas das macht uns scheinbar wo rennt dieses vier um erst mal ehrlich freunde wo wenn dieses fisch rum ach hier oder was oh gott ich sehe gar nichts direkt hier abgeknallt das war eine reaktion das habe ich euch nix da freunde ihr macht so dass noch eine schau dich die an die sind so widerlich herrfalter genau deswegen habe ich die markt um dabei geht da und deswegen weil damit mit der pistole zu schießen nein einfach nein und ihr seht hier in weitere viecher um ja tatsächlich und hinter dir und direkt weg damit ihr könnt uns gar nix beziehungsweise ja wir haben jetzt noch zwei schuss und schaut mal was wir hier haben ein übertragendes gerät für den passcode des sicherheitssystems mit einer moduskette können sie den passcode meiner sicht übertragen ja die haben wir haben sogar nur noch einen schuss so dann übertrag mal den passcode bitte jawohl das heißt wir können da oben rein übertragendes passkurs scheint etwas freigeschaltet zu haben und da so jetzt wissen wir mal gucken ob hier noch irgendwo was runter kommt oh gott weil wenn was runter kommt dann werde ich laufen ist hier noch was rot hier ist noch was rotes da kommt noch eins okay um gottes will ich habe keine markt durchschuss wäre ich muss hier raus ich hätte doch die body mit dem sollen glaube ich okay aber alles gut er hat sich getroffen boah das sei dank er hat sich getroffen weil da so die bitte in den speicherraum dahinten der ist ja zum glück nicht weit weg und dann ja dann würde ich auch trotzdem gerne noch mal den bereich da vorne weiter kunden aber wir nehmen erstmal die markt nun laden mal die markt laden mal die markt nach genau weil ich glaube mehr als sechs viecher sind da unten tatsächlich nicht mehr deswegen ja machen wir einfach so weiter und ich habe so viel war es jetzt auch gar nicht mehr da unten das war noch einen raum wenn ich mich recht entsinne und ja freunde dann habe ich da doch wie vor gefällt hier das projekt remake finde ich wirklich cool gemacht und ja wie es hier letztendlich weitergeht also ich weiß jetzt tatsächlich wie ich eben schon sagte nicht mehr wie viel es ist es könnte sein dass da noch ein ganz neuer bereich kommt im remake aber ich schieße jetzt erstmal diesen gegner hier platt es rennt hier irgendwo rum es rennt hier irgendwo rum da kommt's okay und schieß danke sind die eklig diese drecks viecher kommt jetzt noch ich habe schon wieder akku war da was liegt da oben boden eine blendgranate ja gut ich meine verteidigungswaffen haben wir auch ordentlich ne sechs deutsche sieben band granaten ja schon nicht ohne so wo kommt der andere da ist richtig viele hier im original waren hier drei stücke dem ganzen bereich okay und wir haben es fertig erkundet da ich unsere waschmaschine läuft gerade ich hoffe ihr das ist nicht in der aufnahme aber nun gut das ist ganz schön das ist ganz schön anstrengend hier unten muss ich ja ganz ehrlich sagen also überall die dinger überall das ist jetzt weiter die kommen auch irgendwie auf einmal ne und der hat mich einmal geschlagen und ihr seht ihr wisst schon in gelb durch einen schlag von diesen biestern eh meine güte so okay hier rennt noch irgendwo so ein vier rum was ist das denn hier der selbstgestörungsmechanismus des labors er ist gewaltig ja das ist richtig krass müssen wir hier irgendwas tun der hauptaufzug hat keine stromzufuhr starten ja macht das system initialisierung gescheitert und sein ist zum starten einer treibstoff erforderlich okay okay aber jetzt weiß wo wir hier weiter machen können kommt jetzt runter gesprungen ja da ist er online nein zwei stück holter holter was schießt kaputt wie viele von den dingern lauern der hier unten das war lustig gerade aber wir haben es überlebt wir haben es überlebt und ja für was war denn ach so ja wir müssen uns jetzt diese stromzufuhr diesen treibstoff noch mal genau angucken und das heißt wir können hier raus okay danke ekelhafter bereich tatsächlich aber ist es zum glück nicht so laut hier original war das tatsächlich richtig laut so genau hier und wir haben alle gegner geplant gemacht hey das ist doch auch gut jetzt wird unsere waschmaschine lauter weil sie gerade schleudert es ist es sind nicht die gegner die uns hier fertig machen das ist unsere waschmaschine nee keine ahnung ob ihr das hört kann gut sein aber gibt schlimmeres so weil wir haben jetzt hier auch eine atmosphärische musikmeter wo aber geil dass wir den bereich da unten geschafft haben habe ich tatsächlich respekt vor gehabt weil das der ekelhafteste bereich dieses ganze laut post ist so dann machen wir noch mal hier und wir müssen uns einmal heilen so dann machen wir einmal nachladen wir müssen uns einmal heilen genau ich war gut eine heilung zu verwenden ist hier glaube ich keine schande wir seht ihr wie viel war das soll uns nicht aufhalten bei gottes willen sondern schauen wir doch noch mal ja ich würde sagen nehmen wir ein doppelgrünes mit uns aber den fortschritt speichern das war jetzt da unten alles durch haben könnten wir aber ich werde es gleich ja wobei ich gehe die bei erstmal zu den passkulturen weil ich glaube dass da was wichtiges ist wenn ich mich nicht recht entsinne vom original her so dann ja hier lang war doch hier raus oder ja ich bin mit der karte noch nicht so ganz waren geworden aber ja doch doch das ist hier okay gut war das hat die tür war das doch ja die tür war das doch wo war ja das eine die eine heilung übersehen haben genau hier war das doch oder das war das mit dem treibstoff hier ne wartet mal ich würde eigentlich zuerst zu den passkulturen oder war es nicht hier gut dann habe ich mich verlaufen gut dann gehen wir jetzt aber endgültig erstmal zu den passkulturen so ganz genau da vorne so wo war denn das jetzt noch mal mit dem treibstoff war das in der mitte egal vorne wir gucken erstmal was sich hier hinter verbirgt wir haben alle alle drei offen das verschlossen wenn sie den hebel an der seite umlegen könnten würde sie okay hebel zum öffnen die türschlösser sie brauchbar aus ja dann legt mal um ja wir müssen auch noch mal dreimal drücken okay ich verstehe alles hoch sicherheitsmäßig hier so meine fresse was für ein schloss was haben wir denn hier mit was haben wir denn hier so okay ist wieder eine sehr unheilvolle musik okay jetzt runter oh gott warum geht es hier runter ja okay was hier ist das hier irgendwas okay aber hier ist so eine guck mal wer da ist schaut mal weiter ist freie das ist die liebe chill ja da habt also jetzt ist es eindeutig wirklich wer da geschossen hat auch wenn ich es nicht in den kommentaren verraten hätte aber ja es war weshalb der laborausgang ist verschlossen okay hier ist chill eingesperrt worden okay das heißt wir bis später definitiv doch mal hier zurück und chill retten wir lassen sie doch hier nicht versauern weil dann wäre ja die ganze rest der reihe obsolet beziehungsweise alles bis teil 3 und ja ich glaube in den neuen teilen kommt sie auch vor aber krass freundlich ok fehlt nur noch baby würde mich echt interessieren wo berry ist moment war das vielleicht hier mit diesem treibstoff ding wartet mal ich gucke noch mal kurz hier rein oder war das nur ein speicherraum ach nee das war das op zimmer da ist es doch ich frage gold richtig hier sie erst wird nachtank gerät kapsel einsetzen jawohl ok dankeschön gold richtig hier treibstoff kapsel der bestandteil des dieses treibstoffes ist eine truppe durch rennen könnte eine tödliche explosion ausgelöst werden das heißt wir dürfen damit nicht laufen okay das heißt wir müssen gehen interessant ich werde definitiv mal abspeichern freunde lieber so als dass ich aus versehen laufe und dann der fortschritt kaputt geht so christian muss ich schreibe die ist da ganz hinten okay aber das heißt wir können das dann da einsetzen ist das vielleicht sogar jetzt schon das große finale dann wartet mal weil das ist jetzt das einzige was wir noch tun müssen mehr ist nicht ja gut freunde würde ich sagen ja dann willkommen zum großen finale ich hätte jetzt gedacht dass es noch zwei folgen werden aber nein es ist tatsächlich schon soweit denke ich das große finale wartet auf uns genau und ja wobei gucken wir mal was da gleich noch kommt aber wie gesagt wir sind wirklich kurz davor und ja dann speichern wir das habe ich dass wir hier noch irgendwas fehlen so wir dürfen nicht laufen verdammt noch mal das ist ja krass durch rennen könnte eine explosion ausgelöst werden ja okay ich meine so war das mal ausprobieren wir können ja was speichern will ich lieber nicht ausprobieren lass uns ernsthaft und normal weitermachen so gut ist ja ein christian sage ich schon gris dann mit das farbband wieder weg dann im slow motion modus und dann ja stapfen wir mal nach da unten und setzen das teil und aktivieren den selbstverstörungsmechanismus so mein gott so okay sonst haben wir wirklich nichts mehr der aufzug da oben aber das ist das ist die tür die andere rote tür wird auch erst offen wenn wir den selbstverstörungsmechanismus aktiviert haben und die tür ansonsten okay es könnte doch noch nicht für eine weile gehen denke ich weil ich habe das vierte untergeschoss vergessen ja ich habe das vierte untergeschoss vergisst würde okay dann wahrscheinlich doch erst in der nächsten folge das große finale ich habe euch jetzt hier schon vorbereitet und so echt aber gut dass wir die gegner hier schon platt gemacht haben sonst können wir jetzt gemütlich hier durch die gegend stapfen und alles in ruhe einsetzen da vorne so hier ist auch alles weg wunderbar mensch und dabei ja wir dürfen nicht tränen das ist gerade ein bisschen zeitlupen artig aber gut wir sind ja schon da ist ja nichts nicht mehr so viel genau dann ist es so tatsächlich offiziell nächste folge wird das große finale nicht diese folge dieses gas hier macht mich irgendwie ein bisschen kirre aber hey wir sind sicher angekommen an dieser maschine so der hauptaufzug hat einen strom zuvor starten gewollt die station gescheitert eine art treibstoff erforderlich aber wusste man das nicht hier einsetzen wird ach so was wir vielleicht auf der anderen seite recht hier wo war das jetzt noch wartet mal wartet und muss jetzt noch mal wieder zurück zurück kriechen oder wird noch mal kurz den ganzen bereich durch aber ja klar wir sind ja hier sind sind wir den zeug begegneten okay wir dürfen nicht reden oh mein gott ja das ist total doof aber gut wir haben ein hoch exklusives gewichter tasche da nicht hier war nur ab und wir müssen zurück die andere seite da ja okay dann machen wir das halt final kommt die erste nächste folge gut ja dann ja meine frau ist trübe und guckt ihre serien deswegen wird der menschmann könnte sein dass den patschpapa stimmen hört hier aber ist okay so wir dürfen nicht rennen das ist so ich will gerne auf diese umschalttaste dritten aber nein es geht nicht ich darf nicht zumindest noch nicht so genau hier das hier genau zur brennstoff zu für für den hochspannungsraum kapsel einsetzen war danke so wir haben die kapsel eingesetzt und wir dürfen wieder rennen danke danke freunde ihr seid so nett so dann kommen wir mal jo war doch hier ja kann man jetzt auch die den selbstverstörungsbücher bis einleiten oh mein gott das ist ganz relativ typisch wieder hier immer eine selbstverstörung sequenz am ende selbst bei respektive ziel gab es sowas ja das ist das büben die schade so dann hier jungs dann jawohl danke jetzt läuft das ding okay doch noch kein selbst so ich habe acht das hier ist der selbstverstörungsmechanismus okay wir haben die gar nicht aktiviert okay gut dann aber der hauptaufzug den haben wir gewöhnt und ja dann gucken wir mal was wir da mit dem hauptaufzug machen können so freude gut aber mit kräftes gerade irgendwie davor ich weiß was da unten für eine szene kommt oh gott ich frage mich auch für das jetzt noch in dieser folge machen sollen oder in der nächsten und für diese folge einfach mal zwei minuten kürzer machen ist das ja wartet mal wir können aber schon mal aktivieren hier genau die genau der hier das bedient wird für den aufzug schalter drücken die aber dich rein chris der aufzug funktioniert aber gehen nicht da rein gut freude das war tatsächlich beim nächsten mal der finalen folge dann okay ich würde vorschlagen wir rüsten uns dann jetzt erstmal auf und speichern das noch mal ab so wir brauchen nämlich noch die magne munition und noch eine vollheilung ich denke mal zwei vollheilung ja sollte wartet mal wir können ja das austauschen wartet mal ja doch ist es egal kommt zweimal vollheilung und ein inventarplatz tatsächlich freilassen genau gut dann können wir das abspeichern ja und ich bin schon richtig nervös für das finale jetzt tatsächlich eine alte schreibmaschine herwort gut freunde würde ich sagen ja wie es hier dann weiter geht im großen finale sind wir doch am nächsten mal wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein like oder abo da lasst die glocke läuten würde ich mich sehr freuen es ist gerne weiter den kanal und dann würde ich sagen würde ich euch noch einen schönen abend oder schönen sach tschü tschü tschü